Es waren sehr wenige, die nicht mit den Partisanen waren, sehr wenige. In der Stadt schon, das ist ja bekannte Stadt Bleiburg, beziehungsweise Kärnten war ja nazireich und auch die Bevölkerung draußen war anderer Meinung. Und wenn, es waren etliche, also wenige dabei, die haben uns nicht bei der Polizei angemeldet, seien still gewesen und auch keine Verbindung mit uns gehalten. Aber das waren vielleicht nur zehn Prozent.